Hallo und herzlich willkommen auf unserem Schrägstrich auf meinem YouTube-Kanal. Auch diese Woche wieder pünktlich am Mittwoch dürfen wir euch zum Literatur-Mittwoch begrüßen. Auch heute wollen wir wieder ein Buch besprechen. Diesmal ein IT-Buch. Ich kann es schon mal spoilern. Wie immer bin ich in der glücklichen Situation, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern dass ich noch einen juristischen Fachmann an meiner Seite habe, im Moment noch über mir habe. Hallo Michael, wie geht es dir? Hallo Marc, danke deiner Frage. Mir geht es gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, sehr. Und an diesem Limi, da atmen alle auf, die jetzt vielleicht befürchtet haben, dass wir wieder ganz schwere juristische Kost machen. Machen wir dann vielleicht nächste Woche wieder. Diese Woche soll es dann eher um die technische Seite des Datenschutzes gehen, bevor wir uns ins Buch stürzen, was wir vorstellen wollen. Noch ganz kurz den Disclaimer. Wir haben ein Rezensionsexemplar bekommen, was wir behalten dürfen im Verlag. Es gab sonst keinerlei Einwirkung von den Autoren oder Hausgebern oder vom Verlag selbst oder vom Dritten. Es gab auch keinerlei Zuwendungen, die wir bekommen hätten, Geld oder Sonstiges. Wir verkaufen keine Rabattcodes, keine Gewinnspiele, kein gar nichts, sondern wir stellen das Buch vor, das da heißt IT-Sicherheit. Genau. Ist da der Name auf mein Bildschirm um? Ja, ist da der Name auf mein Bildschirm, fragt man sich. Genau, IT-Sicherheit ist der Name Programm. Ja, vielleicht willst du mal ein bisschen was zu den technischen Daten verraten. Genau, so die Hard Facts vorneweg. IT-Sicherheit heißt es, wie gesagt, es hat ungefähr 300 Seiten oder knapp über 300 Seiten, kostet 39,99 Euro. Man bestellt es als klassisches Printbuch aus Printausgabe, bekommt aber das E-Book mit dabei. Für lau sozusagen, für umme. Das finde ich schon ein super Ansatz. Genau das, was wir immer bemängeln, gibt es hier beim Hansa Verlag, der das Buch veröffentlicht. Grandios, wie wir finden. Ich hätte aber auch, selbst wenn das E-Book jetzt nicht dabei gewesen wäre, hätte ich 39 Euro als guten Preis angesehen. Zumindest vom Umfang her und vom Inhalt her. Es ist wirklich knackfrisch Juno 2022 entschieden und geschrieben von unterschiedlichen Autoren, habe ich herausgegeben von Michael Lang und Hans Lörr im Hansa Verlag. Ja, das sind so die Hard Facts sozusagen. IT-Sicherheit ist dein Beritt, deswegen darfst du jetzt eher den Blick ins Buch werfen. Ja, genau, also den Blick ins Buch. Fangen wir mal zuerst damit an, also wir können hier mal ins Inhaltsverzeichnis hineinschauen. Es gibt ja eine Leseprobe und dann kann man sich auch das Inhaltsverzeichnis hier anschauen. Und wenn man durch das Inhaltsverzeichnis stöbert, fällt etwas direkt auf, was in der IT-Literatur eigentlich nicht üblich ist. Ich weiß, in der juristischen Literatur ist das gar nicht so selten. In der sprachwissenschaftlichen Literatur, wo ich mich ja während meines Studiums auch mehr als Genüge mit beschäftigen musste, ist das eben auch sehr, sehr üblich, dass wir hier eben wirklich die Konstellation haben, dass es zwei Herausgeber gibt. Du hast die Namen schon genannt, hier nochmal, Michael Lang und Hans Lörr. Die beiden Herausgeber aber nicht die Autoren der einzelnen Kapitel sind. Die einzelnen Kapitel, davon gibt es, ich glaube, insgesamt 15, ich blättere mal kurz durch, 15 Kapitel, genau, muss man sich eher vorstellen wie Fachaufsätze. Also jedes dieser einzelnen Kapitel hat ein oder zwei Autoren und jedes Kapitel für sich hätte man eigentlich auch in einem, weiß ich nicht, einzeln veröffentlichen können oder für einen kleinen Obolus veröffentlichen können. Die einzelnen Kapitel sind so zwischen 15 und 30 oder 40 Seiten lang. Und jedes dieser einzelnen Kapitel ist, wie gesagt, in sich quasi abgeschlossen. Es gibt jedes Mal nochmal eine eigene Einleitung. Es gibt so etwas wie eine Zusammenfassung am Ende. Es gibt am Ende des Kapitels einen Literaturhinweis. Und man hat damit quasi so ein Sammelsurium in diesem einen Buch von 15 Fachaufsätzen. Das ist in der IT-Literaturlandschaft sehr, sehr ungewöhnlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das in den letzten Jahren schon mal bei einem der großen IT-Verlage in dieser Form gesehen habe, dass es hier wirklich so radikal umgesetzt wurde wie in diesem Buch. Dass es Bücher gibt mit Herausgebern und einer ganzen Litanei von Autoren, das kenne ich auch von anderen. Aber hier merkt man eben ganz besonders, dass jedes Kapitel seinen eigenen Schreibstil hat. Man hat von Anfang an nicht das Gefühl, dass dieses Buch aus einer Feder stammt. Was ich jetzt erstmal versuche neutral zu formulieren, ich meine das weder positiv noch negativ, sondern man merkt wirklich jedem Kapitel an, dass es letztendlich von einer eigenen Person geschrieben worden ist und es sich quasi nicht von Anfang bis Ende durchliest, als wäre es quasi ein Autor. Was man manchmal bei anderen IT-Büchern hat, wo es auch ein oder zwei Herausgeber gibt, aber eine ganze Schar von Autoren, dass die Herausgeber dann dafür sorgen, dass die Bücher, die einzelnen Kapitel quasi im Gleichklang geschrieben sind. Selbst die Strukturierung ist nicht immer sehr einheitlich. Also wenn man sich hier zum Beispiel das elfte Kapitel anschaut, dann gibt es hier nur Unterkapitel der ersten Ordnung. Wenn wir jetzt ins zwölfte Kapitel gehen, dann gibt es hier zum Beispiel Untergliederungen auch noch in die zweite Ordnung, also 12.1, 12.11. Also auch da merkt man schon, es ist nicht ganz aus einem Guss, dieses Werk. Was ich für so ein IT-Buch ungewöhnlich finde und meine persönliche Meinung auch eigentlich ein bisschen schade finde, dass es sich im Grunde genommen um ein Sammelsurium von 15 Fachvorträgen handelt und nicht in einem Guss geschrieben ist. Aber jetzt habe ich erstmal so ein bisschen was dazu gesagt. Was ist dir denn vielleicht noch aufgefallen? Unabhängig, also ist mir auch aufgefallen, dass das eben nicht so aus einem Guss ist, dass das sprachlich sich dann unterscheidet und auch vom Aufbaustil her und so weiter. Das finde ich persönlich gar nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Und auch wenn man oben drauf geschrieben hätte, so ihr werbt jetzt hier ein Buch quasi als Sammelsurium von so Einzelaufsätzen, hätte ich es jetzt gar nicht negativ empfunden. Was ich aber, wo ich aber finde, dass es negativ auswirkt, ist so diese inhaltliche Inkonsistenz zum Teil. Du hast hier zum Beispiel ein Kapitel 4, rechtliche Rahmenbedingungen der IT-Sicherheit. Das begrüße ich als Jurist natürlich schon mal. Finde ich sehr gut hier. Da werden auch so Dinge angesprochen wie IT-Sicherheitsgesetz. Das TTDSG ist schon mit verwurzelt. Also man merkt, das ist hier wirklich aktuell. Sehr gut. Dann gibt es ja auch was zur DSGVO. Und später kommt dann nochmal ein eigenes Kapitel, auch nochmal Datenschutz. Da wird dann auch noch was zur DSGVO gesagt. Zum Teil mit einem anderen Blickwinkel. Aber zum Teil hast du halt inhaltliche Doppelungen, wenn es ganz doof läuft. Gegenteilige Aussagen habe ich jetzt nicht gefunden. Also insofern, so Konsistenz ist das Ganze schon. Aber man hat so das Gefühl, wenn man das Ganze ein bisschen, oder wenn man dem Ganzen ein bisschen mehr auf Einheitlichkeit geachtet hätte, hätte man vielleicht ein paar Redundanzen rausnehmen können. Dann hätte es effektiver, effizienter machen können. Ich persönlich, wenn ich einen Wunsch frei hätte oder drei bei der guten Hansa Verlag Fee, dann würde ich mir für die zweite Auflage wünschen, dass es ein bisschen vereinheitlicht wird. Und dass das Datenschutzthema speziell bei dem Thema noch ein bisschen mehr Butter bei die Fische bekommt. Klar, aus meiner juristischen Brille ist das wünschenswert. Aber hier geht es ja um IT-Sicherheit. Da ist natürlich der Datenschutz ein Aspekt. Ich kann das schon verstehen, dass das hier nicht der Hauptschwerpunkt ist. Aber trotzdem nicht ganz unwichtig. Insofern sollte man, oder würde man, glaube ich, gut daran tun, das Ganze ein bisschen zu vereinheitlichen, auf Doppelungen inhaltlicher Natur zu achten. Und dann das Ganze ein bisschen vielleicht noch sozusagen ein bisschen tiefer gehen oder breiter aufgestellt auch zu machen. Ja. Also, das mag sich jetzt auf den ersten Blick wie ein Verriss dieses Buches anhören. So ist es bitte nicht explizit, also explizit nicht zu verstehen. Ich habe es im Vorgespräch zu dem lieben Michael schon gesagt. Ich glaube, es ist für das, was es im Moment abbilden soll, IT-Sicherheit möglicherweise sogar das beste Buch, was wir auf dem Markt finden. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht an der einen oder anderen Stelle noch irgendwie Luft nach oben gibt. Und, wie du schon gesagt hast, es gibt ja quasi die Hansa-Fee, bei der wir uns was wünschen. Dann wäre das in der Tat etwas, dass es mehr aus einem Guss ist. Ich weiß umgekehrt natürlich, wie aufwendig es ist, mit 15 Autoren oder 15 Autoren Pärchen zu arbeiten, die anzuschreiben. Die stehen ja auch alle im Berufsleben. Also, die Autoren, die hier drin sind, das sind Leute, die in der Praxis tagtäglich sich mit IT-Sicherheit, Datenschutz, Security beschäftigen und noch was anderes zu tun haben, als ein Buch zu schreiben. Und auch bei 15 Autoren und einem Buchpreis von 40 Euro kann man ahnen, dass da jeder nur ein paar Cent bekommt für jedes verkaufte Werk. Das ist im Grunde genommen Pille-Palle. Also, von daher Lob an die Herausgeber, dass sie so gute Leute zusammengetrommelt haben. Aber nichtsdestotrotz, das würde mir an der einen oder anderen Stelle oder fehlt mir an der einen oder anderen Stelle noch, dass man ein bisschen mehr Konsistenz reinbringt. Das führt auch dazu, dass wir bei den einzelnen Kapiteln, ich nenne sie jetzt mal der einzelnen Fachaufsätzen, wir auch eine unterschiedliche Flughöhe haben, in der das Thema beleuchtet wird. An der einen oder anderen Stelle ist man irgendwie so aus der 50.000-Fuß-Ebene, also man sieht wirklich nur so die groben Dinge, wie man grundsätzlich etwas machen könnte, müsste. Das hat den großen Vorteil, dass das dann auch in zehn Jahren noch Gültigkeit hat, weil wir uns eben das Ganze aus einer sehr, sehr hohen Flughöhe anschauen. Andere Kapitel wiederum gehen schon relativ weit nach unten und geben einem wirklich Handreichungen für die tägliche Arbeit, wo man aus den Erfahrungen von anderen, aus den Beispielen, die einige Autoren auch mit in ihre Kapitel einfließen lassen, wirklich etwas richtig handfest für die tägliche Arbeit bekommt. In der Tat, auf der Titelseite steht ja auch Best Practices, also wie kann ich es denn tagtäglich umsetzen? Und da merkt man eben auch, in einigen der Kapiteln bekommt man diese Best Practices, also wirklich die Hinweise, wie man es tagtäglich denn auch anwenden kann, wobei man in anderen Kapiteln eher den theoretischen Hintergrund bekommt, das theoretische Grundgerüst bekommt, aber nicht unbedingt das Best Practice für jeden Tag bekommt. Also auch da unterscheiden sich dann die einzelnen Kapitel, die einzelnen Fachaufsätze wieder von ihrem Abstraktionsgrad, Schrägstrich von ihrer Praxis näher. Das sind ja quasi so zwei Antagonisten, entweder ich mache es möglichst abstrakt, dann ist es für alles gültig, aber mir fehlt der Praxisbezug oder ich mache es möglichst praxisnah, dann fehlt natürlich häufig so ein bisschen die Abstraktion und damit wird es dann auch nur für diesen einzelnen konkreten Anwendungsfall nutzbar. Ja, aber jetzt mal so von dieser Kritik, was wir gut und was wir schlecht finden, ich habe mir in der Tat natürlich relativ schnell, weil das ist immer eine Frage, die ich mir stelle, wer ist die Zielgruppe dieses Buches? Ja, das ist eine sehr gute Sache. Also diejenigen Personen, die irgendwas mit IT-Sicherheit, Informationssicherheit im weitesten Sinne vielleicht im Unternehmen oder in der Behörde zu tun haben, unsere Zielgruppe, also die DSBs, die partizipieren oder profitieren von diesem Buch teilweise, ja, weil es natürlich die Grundlagen auch vermittelt. Nachdem ich ja schon mit dem leisen Kritikpunkt angefangen habe, würde ich mit einem kurzen weitermachen, nämlich auch genau den du gesagt hast, wenn da oben schon Best Practices draufsteht, dann will ich das auch innen wiederfinden und zwar in jedem Kapitel und zwar möglichst optisch so, dass ich auf jeder Seite sehe, oh, hier ist wieder ein Best Practice. Das wäre schön, rein gestalterisch ist das gut zu lösen und würde das Wiederfinden nachher erleichtern, ja, wenn ich dann das alles durchgelesen habe, die Grundlagen kenne und dann nur noch mal kurz den Best Practice blättern will, um dann zu schauen, ah, wie ging das nochmal, dann ist das natürlich super, wenn das entsprechend durchgängig in einem Layout immer gestaltet ist, als Checkliste, als Tabelle, wie auch immer, damit ich dann quasi immer den Wiedererkennungseffekt habe in den Kapiteln, auch wenn es aus 15 unterschiedlichen Autorenhänden stammt sozusagen. Was ich grundsätzlich super finde, also ich will das Bild, wie du schon sagst, eben nicht verreißen, sondern ich finde es grundsätzlich gut, dass es zu dem Thema überhaupt was gibt. Zum anderen, in dieser Form ist es für mich grundsätzlich auch okay und was ich an dieser Form klasse finde, letztendlich, es führt dazu, das war wahrscheinlich ein Grund, der dazu geführt hat, dass wir wirklich eine große Themenvielfalt haben. Wir gucken ja wirklich IT-Sicherheit aus der rechtlichen Brille an, wir gucken ganz viel Technik an, wir schauen IT-Sicherheit im Vergabeverfahren an, es gibt Sicherheit in der Cloud, das Kapitel finde ich übrigens extrem klasse. Also die Bandbreite ist hier wirklich gegeben und für unsere Zielgruppe vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig immer zu gebrauchen, aber für diejenigen, die sich mit dem Thema Informationssicherheit oder speziell eben IT-Sicherheit befassen müssen, in welcher Funktion auch immer, für die ist das mit Sicherheit gut, auch wenn es, wie wir schon gesagt haben, an der einen oder anderen Stelle rein formell was zu motzen gibt für uns. Ja, also um jetzt mal auf meine Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen oder nochmal einzugehen, wer ist meiner Meinung nach die Zielgruppe? Ich persönlich würde sagen, die Zielgruppe sind diejenigen, die sich für das Thema IT-Sicherheit interessieren, diejenigen, die sich für IT-Sicherheit interessieren, weil sie es müssen oder weil sie es vielleicht wollen, diejenigen, die gerne einen guten Überblick über das Thema IT-Sicherheit bekommen wollen, aber nicht unbedingt die Leute, die in der IT-Sicherheit schon tagtäglich drinstecken, die werden möglicherweise mit dem Buch nicht glücklich. Was wiederum sehr, sehr gut ist an diesem Buch, wenn man quasi den Einstieg sucht, dann bekommt man in den einzelnen Kapiteln auch jedes Mal noch Literaturhinweise, wie es denn weitergehen könnte. Weil man kann im Grunde genommen sagen, es gibt 15 Themen, 15 Kapitel und zu jedem dieser 15 Kapitel hätte man ein Buch schreiben können, was 200, 300 Seiten füllt. Und so hat man das Ganze hier quasi zusammengedampft auf 15 Themen, auf 300 Seiten. Demzufolge fehlt natürlich ein bisschen was an Detailtiefe, was viele aber vielleicht auch gar nicht benötigen. Wenn man es benötigt, dann kann man entsprechend hier in den Kapiteln jeweils in die Literaturempfehlungen hineingehen und bekommt dort eben auch Literaturtipps. Im Übrigen nicht nur Literaturtipps aus dem Hansa Verlag, sondern auch aus Mitbewerber Verlagen, was wirklich sehr, sehr gut gemacht ist. Also, um die Frage jetzt nochmal so ein bisschen auch konkreter zu beantworten. Die Leute, die zum Beispiel zu mir in die Schulungen kommen und als DSB in einem Unternehmen tätig sein wollen, müssen und sagen, ich bin im Bereich der IT-Sicherheit eigentlich nicht so richtig fit, für die halte ich dieses Buch geradezu für grandios. Weil sie bekommen einen kurzen, knappen Überblick, können vielleicht aus diesen 15 Kapiteln, müssen sie vielleicht auch nur zwei oder drei Kapitel lesen, weil die für sie interessant sind, können dann innerhalb des Unternehmens mit den IT-Lern reden, können den IT-Lern auf die Füße treten. Oder auch das gleiche umgekehrt, Leute, die beispielsweise aus dem oberen Management kommen, vielleicht Unternehmenseigentümer sind, Geschäftsführer eines KMUs sind und sich vielleicht die Frage stellen, was macht man eine IT-Abteilung da eigentlich? Also, kümmern die sich wirklich um die richtigen Dinge, die erzählen mir da immer Worte und ich habe da keinen Plan davon, was die mir erzählen. Auch die sind sehr, sehr gut bedient mit dem Buch, weil es eben einen sehr, sehr breiten Informationsfluss gibt. Diejenigen, die schon tagtäglich mit IT-Security zu tun haben, denen wird dieses Buch möglicherweise zu oberflächlich sein, beziehungsweise die werden in dem Buch nicht mehr wahnsinnig viel Neues erfahren. Die könnten dieses Buch vielleicht kaufen, um das eine oder andere Kapitel zu lesen und um dieses gelesene Kapitel dann zu nutzen, um anderen Leuten das Kapitel zu erklären oder das Kapitel weiterzugeben oder das Buch zu geben und zu sagen, lies mal hier Kapitel 17, das wird dir helfen. Viel Rede um eigentlich eine kurze Frage, wer ist die Zielgruppe, meiner Meinung nach. Ja, nicht immer ist die Antwort einfach, das kennen wir im Bereich des Datenschutzes zu Genüge. Ja. Mit Blick auf die Uhr will ich sagen, wir haben es, glaube ich, jetzt ausführlich besprochen, um ein kleines Fazit zu ziehen, für die absoluten Vollprofis ist das sicherlich nichts, aber für die Einsteiger, die sich zum Thema IT-Sicherheit informieren wollen oder mal einen guten Überblick gewinnen wollen, ist es mit Sicherheit sehr gut und eine Kaufempfehlung, wenn ich das richtig von dir verstanden habe. Kaufempfehlung definitiv. 40 Euro tun auch den meisten nicht weh, selbst wenn man dann feststellt, es war nur ein Kapitel für mich sinnvoll, war dieses eine Kapitel mit 40 Euro vielleicht teuer, aber nicht zu teuer, alles gut. Und ein extra Daumen hoch für den Hansa-Verlag, dass man hier das E-Book direkt mit dabei bekommt, quasi für Umme. Also warum sollte das nicht Schule machen bei anderen Verlagen? Ja, von mir sollen sie auch 5 Euro nochmal extra verlangen, aber... Jetzt stellen wir unseren Zaunfall wieder weg und hören auf damit zu winken und würde ich sagen, soviel zu diesem Buch. Gut, ja dann bedanken wir uns bei euch für die Aufmerksamkeit. Wenn euch dieses Buch interessiert, geht auf die Webseite, schaut euch die Leseprobe an, ansonsten kauft euch dieses Buch, 40 Euro kann man sich für ein Buch normalerweise leisten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, seid so nett, gebt uns einen Daumen nach oben. Solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann seid auch so nett und abonniert ihn, damit ihr keine spannenden Videos von uns mehr verpasst. Jeden Mittwoch, jeden Freitag gibt es etwas und der nächste Limi ist auch nicht weit. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017